Lena ist mit ihren Freundinnen im Schwimmbad. Stundenlang sind sie in der Sonne oder toben im Pool. Plötzlich fühlt sich Lena nicht gut. Sie hat Kopfschmerzen und ihr ist auch etwas übel. Lena hat einen Sonnenstich. Ihr Kopf und Nacken waren zu lange ungeschützt der Sonne ausgesetzt. Dadurch hat sich in ihrem Kopf die Hitze gestaut. Die Hirnhaut und das Gehirn sind gereizt. Neben Kopfschmerzen und Übelkeit kann es bei einem Sonnenstich auch zu einem steifen Nacken und Schwindel kommen. Oft treten diese Beschwerden erst einige Stunden später auf, wenn man schon gar nicht mehr in der Sonne ist. Wichtig ist, dass Lena sofort in den Schatten geht. Am besten in einen abgedunkelten, kühlen Raum. Dort sollte sie sich hinlegen, viel trinken und den Kopf kühlen. Dabei sollte sie aber nie allein sein. Denn wenn sie sich nicht schnell erholt, dann muss unbedingt ein Arzt gerufen werden. Zum Glück geht es Lena schnell wieder besser. Für ihren nächsten Besuch im Schwimmbad hat sie sich vorgenommen, häufiger im Schatten zu bleiben, viel zu trinken und einen Sonnenhut zu tragen.